Julia Holz hat Krebs. Das gibt die deutsche Influencerin erst vergangene Woche bekannt. Eigentlich erfreut sie ihre 607.000 Follower auf Instagram, immer mit schönen Fotos und Updates aus ihrem Alltag auf Mallorca. Dann der Schock. In diesem langen Post erklärt die Blondine ihrer Community, Ja, ich habe Krebs im fortgeschrittenen Stadium und ja, es ist vielleicht sogar meine eigene Schuld. Denn ich hätte viel früher zur Vorsorgeuntersuchung gehen müssen und dann wäre der Krebs im Gebärmutterhals bestimmt schon vorher erkannt worden. Ihr Frauenarzt findet einen 5 cm großen Tumor. Für die Mutter einer 6-jährigen Tochter bricht eine Welt zusammen. Zunächst ist eine Operation geplant, bei der ihre Gebärmutter entfernt werden soll. Weitere Schwangerschaften sind nach dem Eingriff nicht mehr möglich. Dabei wünscht sich Julia eigentlich noch ein Geschwisterchen für ihre kleine Dahlia. Unter dem Post nehmen zahlreiche User Anteil. Für die Wahl-Majorkinerin ein echter Segen. Ja, danke erstmal für eure ganzen Nachrichten. Mir tut das hier echt gut auf Instagram. Ich habe so viele Gleichgesinnte gefunden und Leute, mit denen ich so in engen Kontakt stehe. Das ist so gut und ich möchte einfach weitermachen. Auch Promis wie Anne-Marie Eilfeld berührt Julias Geschichte. Die Schlagersängerin schreibt Als YouTuberin Anne Wünsche von Julias Krebserkrankung erfährt, ist sie schockiert. Sie will ihrer Freundin in dieser schweren Zeit beistehen. Mir hat das die Jules heute Morgen schon geschrieben und ich habe sofort einen Flug gebucht. Ich meine, hi! Sie war so krass für mich da, als ich mit Juna nach Mallorca bin, um eine Wohnung zu suchen, dass ich das jetzt einfach zurückgebe, indem ich jetzt für sie da bin. Und ich hoffe einfach, dass sie stark genug ist. Die Unternehmerin braucht tatsächlich jede Unterstützung, die sie kriegen kann, denn der Krebs streut sogar und befällt ihre Lymphknoten. Die OP ist daher vorm Tisch. Stattdessen soll sie sich nun einer Strahlen- und Chemotherapie unterziehen. Ex-Bachelor Andre Mangold, der momentan ebenfalls auf Mallorca unterwegs ist, bricht ihr Mut zu. Du, ihr schafft das. Du bist so eine starke Frau und ich unterstütze dich, wo ich kann. Diese Woche machen wir nochmal Kopf-Ausschalten-Modus. Inmitten der Schock-Diagnose gibt es für Julia einen Lichtblick, ihre Familie. Nicht nur Töchterchen Dalia zaubert ihr weiterhin ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch ihr Partner Ivan. Das Paar findet nach einer Trennung nun wieder zusammen. Sie wollen gemeinsam gegen Julias Krebs kämpfen. Und ja, Leute, ich schaffe das. Ich freue mich wirklich auf so viele Nachrichten immer. Und der Tribat unter den Bildern, das gibt mir auch wirklich richtig viel Kraft und Mut. Also danke. Und mit dem großen Support und ihrer positiven Einstellung ist Julia hoffentlich schon ganz bald auf dem Wege der Besserung.